Unternehmerische Kompetenz – die Basis für erfolgreiche Partnerschaften Herzlich Willkommen auf dem Firmengelände der WIRT-Gruppe an der Eremitage Waghäusl. Die WIRT-Gruppe wurde im Jahr 1997 gegründet. Ziel war es, die unternehmerischen Kompetenzen und Erfahrungen aus unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern zu bündeln. Durch die Organisation als Unternehmensgruppe wurden optimale Voraussetzungen geschaffen, um das Know-how aus über 30 Jahren Geschäftstätigkeit in unterschiedlichen Branchen innerhalb der verschiedenen Unternehmen der Gruppe weiterzugeben. Die WIRT-Gruppe setzt ihre Investitionsschwerpunkte auf Immobilienportfolios, erneuerbare Energien und strategische Investitionen. Die Unternehmen sind in unterschiedlichen nationalen und internationalen Sparten und Branchen erfolgreich vertreten. Als Eigentümer und Teilhaber von über 100 Kapital- und Personengesellschaften sowie Firmenbeteiligungen in unterschiedlichsten Branchen in Europa und den USA liegt ihr Fokus auf der Portfoliodiversifizierung und Optimierung. Schlanke Strukturen, kurze Wege und direkte Ansprechpartner sind das Erfolgsgeheimnis der WIRT-Gruppe bei der Umsetzung von Projekten aller Größenordnungen. Denn dies gibt der WIRT-Gruppe die Flexibilität, detailgetreu die Anforderungen und Aufgabenstellungen ihrer Kunden zu erfüllen. Mit zielgerichtetem Outsourcing wurden sukzessive ein Netzwerk von erstklassigen Partnern geschaffen. Dieses Netzwerk ist fest in die Entwicklung, Planung, Finanzierung, Umsetzung, Verwaltung und Kontrolle der Investments eingebunden. In dieser Struktur werden die Verantwortungsbereiche auf hochqualifizierte Experten übertragen, die Garanten für langfristig überdurchschnittliche Ergebnisse sind. Die erfolgreich gewachsenen Partnerschaften mit Kunden, Partnern und Dienstleistern bilden das Grundgerüst, um jedes Projekt zielgerichtet zum Erfolg zu führen. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht die Konzeption individuell ausgerichteter Businesslösungen. Diese werden zu jeder Zeit in enger Abstimmung mit Investoren und Auftraggebern auf die landesspezifischen Gegebenheiten ausgerichtet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und tricks auf die landesspezifische Gegebenheiten ausgerichteteatem. Hier sind die www.wirtgruppe.com